Danke, Herr, für diesen Tag, den du uns zum Geschenk machst. Wie albern, dass nur die Männer in der Kirche reden durften. Als ja deine Zunge in so ein Kind. Es ist Lassie, ich weiß es! Lassie, oh Lassie! Lassie, oh Lassie, oh Lassie, oh Lassie, oh Lassie, oh! Lassie, oh Lassie, oh Lassie. Vielen Dank. Der Pfarrer hat gesagt, er kommt in die Hölle. Das hat er wirklich gesagt? Mit Straßen und Lächeln. Aber Antony, komm doch in die Hölle. Das müssen wir uns tun. Her. Mir ist doch klar, dass ich bald wieder zurück muss, oder? Das ist krass. Ja, wir sind der Gaben, was du euch mit dir in uns beschenkt hast. Wir danken dir für dieses Mal. Vergib uns unsere Sünden und Christi Wille. Amen. Amen. Und wann geht es denn wieder zurück? Oh. Weißt du denn noch nicht, Jan, wenn jetzt zu Hause bei mir bleiben und es kann aufgeben, wenn es fliegt? Ich wünsche dich dann das. Ich wünsche dir, Jan, wenn ich mir diese Art von Beneben nicht bieten lasse. Oh, mein Papa. Tut mir Gott weins. Wenn du nicht lernst, deine Saune zu beherrschen, geht's wieder ins Krankenhaus, mein Kind. Nein, 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 nein. Warum soll es dir anders gehen als uns? Alle Frauen hier müssen irgendwann lernen, allein zu sein. Und wenn du nicht, wie es dir läuft, das ist, w t-il ja, nein, nein. Alles, was, was ich bin. Du, ich bin.